In der Mitte Europas lebte in der Antike ein Stammesvolk, das die Geschichte des Kontinentes von den Zeiten Cäsars bis zur Völkerwanderung und der Abenddämmerung der antiken Welt maßgeblich mitbestimmen sollte. Es stellte große Könige und Krieger und trug in seiner Geschichte gleichermaßen zur Stabilisierung wie zur Schädigung des Römischen Reiches bei. In diesem Beitrag soll es also um die rund 700-jährige Geschichte der Marko Mann gehen. Fangen wir damit aber an. Die Marko Mann waren ein germanischer Stamm, der das erste Mal im Jahr 58 vor Christus in Cäsars Gallischen Krieg erwähnt wurde. Damals sollen einige von ihnen unter dem soeben König Ariovist nach Gallien gezogen sein und dort den Rhein überschritten haben, wobei das Stammesbündnis des Ariovist wohl versucht haben soll, Siedlungsland zu erobern. Bereits laut der damaligen römischen Geschichtsschreibung sollen die Marko Mann wie die anderen an diesem bündnisbeteiligten Stämme auch aus den soeben hervorgegangen sein und somit also zu den soebischen Stämmen gehört haben. Dieser überlieferte Umstand könnte dabei mit der älteren Vorgeschichte des Stammes in Verbindung stehen. Der Name der Marko Mann wird oft von den germanischen Stammworten Marko und Manis abgeleitet, die so viel wie Mark, also Grenze, und Mann also im Sinne von Männern oder Menschen bedeuten. Sollte der Name in diesem Umstand seinen Ursprung finden, so könnte hiermit also impliziert sein, dass die Marko Mann bereits früh Einwohner einer wie auch immer gearteten Grenzlandschaft gewesen sein könnten. Vermutet wird unter anderem, dass die Marko Mann als eine Gruppe aus dem Gebiet der archäologisch greifbaren Jastrofkultur gen Süden gewandert sein könnten und dort nahe des Grenzlandes zu keltischen Kulturkreisen gesiedelt haben könnten. Es ist somit also möglich, dass sie sich initial im Umfeld des Grenzgebietes zur Athenekultur formierten. Der Name Mark würde in diesem Fall also auf ein mögliches Grenzgebiet zwischen germanischen und keltischen Kulturkreisen verweisen. Ein initiales Formationsgebiet im Gebiet des heutigen Mitteldeutschlands könnte auf diese Weise gegebenenfalls nahegelegt sein. Es gilt als möglich, dass die Marko Mann hiervon ausgehend zunächst weiter nach Süden und Westen, vielleicht sogar in das Rhein-Main-Gebiet vortrangen, nachdem dieses von den vorher dort lebenden keltischen Stämmen in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. zunehmend geräumt wurde. Die Vorstellung, dass die Marko Mann in das Rhein-Main-Gebiet gezogen sein könnten, könnte mit dem Aufkommen entsprechenden Fundgutes in dieser Region zu dieser Zeit im Zusammenhang stehen und würde mit der späteren Rheinüberquerung eines Teils ihres Stammes während der Areovist-Feldzüge übereinstimmen. Damit im Kontrast steht jedoch ihre Abwesenheit in späteren römischen Berichten über diese Regionen und die fortbestehende Besiedlung dieses Gebietes durch einige keltische und germanisch-keltische Mischstämme, welche durch die römische Geschichtsschreibung auch während der Zeit der Trusus-Feldzüge noch erwähnt werden. Als wahrscheinlich kann hingegen angesehen werden, dass sie aus ihrem Ursprungsgebiet später in die Landschaft Boihem umzogen. Diese damals sogenannte Einöde ist das Gebiet gewesen, das vorher laut römischer Geschichtsschreibung von den keltischen Bäuern besiedelt wurde, die aus der Region allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach abgewandert waren, wodurch sie relativ dünn besiedelt zurückgelassen worden war. In der Folge sollen ganze Landstriche neuerlich verwaldet sein und die Gegend sogar ein Teil des sogenannten herzynischen Urwaldes geworden sein, der sich in der gesamten südlichen Hälfte Mitteleuropas erstreckt haben soll. Dieser Umstand dürfte im Übrigen auch Teil eines größeren Prozesses gewesen sein, bei dem auch die allermeisten Opita im süddeutschen Raum aufgegeben wurden. Germanische Stämme, die zunächst aus dem Gebiet des heutigen Mitteldeutschlands kamen, wanderten vermutlich entlang von Wegen, die nicht selten parallel zu Flüssen wie der Elbe verliefen in die Region ein. Zu ihnen gehörten laut der antiken Geschichtsschreibung auch und vor allem Stämme, die den Sueven angehörten, aus welchen auch die Marko Mann hervorgegangen waren. Vor allem die Quaden, die zu diesen auch gehörten, sollen zudem ein relativ enges Bündnis mit den Marko Mann gehabt haben. Diese Darstellung, der Einwanderungsgeschichte der Marko Mann in das Gebiet des späteren Böhmens, wird in seinen Grundzügen sowohl von Tacitus, Paterculus, Blinius dem Älteren als auch Stabo unterstützt. Der Name des Gebietes, in dem sie sich nun niederließen, Boi Hämum, leitete sich dabei von dem alten Stammesnamen der Bäuer ab. Der Namensteil Hämum könnte dabei die lateinisierte Version eines germanischen Namenszusatz, der so viel wie Heim bedeutet haben könnte sein. Die Einwandernden Stämme könnten also das Gebiet, das sie nun besiedelten, als eine Art Heim im Land der Bäuer bezeichnet haben. Aus dem Namen Boi Hämum oder Bui Hämum sollten sich jedoch in der Langfrist die Landesnamen Bayern und Böhm entwickeln. Sohn eines führenden Adelsgeschlechtes der Marko Mann dürfte auch ein erster, als Rex, also König überlieferter Herrscher, des Stammes gewesen sein. Marbot, der zwischen 40 bis 30 vor Christus zur Welt gekommen sein dürfte, sollte zum wohl einflussreichsten Herrscher seines Stammes werden. Er wurde vermutlich bereits in jungen Jahren als Geisel seines Stammes in römische Obhut gegeben. Die Römer versuchten zur Zeit um Christi Geburt, Germanien bis zur Elbe zu erobern und es zu einer römischen Provinz zu machen. Die Loyalität der anliegenden Stämme wollten sich die Römer dadurch absichern, dass sie die künftigen Eliten der Stämme, also die Söhne der jeweiligen Stammesführer, nach Rom bringen und dort im römischen Sinne aufziehen würden. Oft wurden sie im römischen Sinne gebildet und erfuhren eine militärische Ausbildung. Das Ziel war es, auf diese Weise langfristig loyale und romanisierte Stammeseliten unter den Germanen zu etablieren. Marbot könnte also eine grundlegend ähnliche Bildung und Erziehung wie später auch Arminius erfahren haben. Erwähnt wird so, dass ihm Wohltaten des Kaiser Augustus zugute gekommen wären, als er als Jüngling in Rom lebte, zu denen neben einer Ausbildung vermutlich auch die Verleihung der römischen Bürgerwürde gehört haben könnten. Auch soll sich Marbot bereits in jungen Jahren durch seinen Geist und seinen Mut ausgezeichnet haben. So heißt es bei Paterculus, dass er einen kühnen Intellekt besessen haben soll und mehr seiner Abkunft als seinen Fähigkeiten nach ein Barbar war. Sein Stamm, die Marko Mann, waren unterdessen im Jahr 10 v. Chr. von Tiberius während der Tursus-Feldzüge vernichtend geschlagen und 8 v. Chr. unter römische Hegemonie gezwungen wurden. Marbot, der nun ein junger Mann, Mitte 20 gewesen sein könnte, soll daraufhin die Herrschaft über die Marko Mann für sich beansprucht und ohne Absprache mit den Römern angetreten haben. Unter Marbot zogen die Marko Mann laut Stabo nun auch in das Innere ihres böhmischen Siedlungsraums. Unter anderem durch diesen Schritt gewann die Marko Mann ihre politische Selbstständigkeit unter Marbots Führung wieder und entging ein Schicksal, das zumindest westlicheren Stämmen, die den soeben angehörten und im Umfeld des Rheines siedelten, folglich also unter Tiberius' Führung zwangsumgesiedelt wurden, ereilte. Es gilt allerdings ebenso als möglich, dass die Römer diese Vorgänge toleriert haben könnten, da auf diese Weise mit den Marko Mann ein Machtfaktor aus den Gebieten westlich der Elbe verschwand, der also andernfalls ihre Pläne für diese Gebiete behindert haben könnte. In Böhm, wo er nun über weitestgehend germanische und verbleibende keltische Untertanen geherrscht haben dürfte, er nannte sich Marbot zum König und begann seine Machtbasis auszubauen. Teils durch Diplomatie, teils aber auch durch militärische Übergriffe gelang es ihm laut der römischen Geschichtsschreibung, ein Bündnis mit umliegenden Stämmen zu etablieren. Zu den größten seiner Bundesgenossen dürften etwa die Hermonduren, Semnonen, Lugier oder Langobarden gehört haben. Er könnte also einen Hegemonialraum etabliert haben, der sich von der Donau im Süden bis an die Nord- und Ostsee im Norden erstreckte. Marbot soll es somit gelungen sein, einen relativ großen und wirkmächtigen Herrschaftskomplex in der germanischen Stammeswelt zu formieren, bei dem es sich um ein erstes solches, durch die Geschichtsschreibung überliefertes Bündnis gehandelt hat. Marbot soll sein Heer römischen Taktiken nicht unähnlich geschult und aufgestellt haben, das gemeinsam mit den Kontingenten seiner Bundesgenossen in seinem Zenit laut römischen Angaben über 70.000 Fußsoldaten und rund 4.000 Reiter verfügt haben soll. Marbot dürfte einen Großteil seines Herrschaftsanspruches als König über die Markoman, also durch seinen Status als Heereskönig aufgebaut haben. Ebenso nach römischem Vorbild soll er eine Hauptstadt namens Marobudum errichtet haben, die im böhmischen Becken oder vielleicht auch in Bayern gelegen haben könnte und möglicherweise noch um das Jahr 150 n. Chr. bestand. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die römische Geschichtsschreibung die Heeresstärke Marbots und seine Bemühungen, ein eigenes Reich zu errichten, reichlich ausschmückte, um die späteren Feldzüge gegen die Markoman zu rechtfertigen, jedoch ist es durchaus denkbar, dass Marbot inspiriert von seinem Aufenthalt in der römischen Welt versucht haben könnte derartige Ziele umzusetzen. Die Beziehungen des Markomanreiches und seiner Verbündeten zu den Römern dürften zunächst zudem relativ gut gewesen sein. Es scheint so, als ob Marbot versucht hätte, seinen Kontakt zu den Römern und Augustus im Guten aufrecht zu erhalten. Er könnte beispielsweise mittels Gesandtschaften versucht haben, seine eigene Stellung im Barbaricum zu legitimieren. Mittelmäßig geriet das Markomanreich jedoch vermutlich mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in Konflikt mit dem römischen Reich. Der Rückhalt, den Marbots Stammesbündnis verschiedenen elbgermanischen Stämmen geboten haben dürfte, die auch in Gebieten lebten, welche die Römer zu erobern planten, könnten einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen sein, dass diese noch nicht von den Römern unterworfen werden konnten. So breitete er etwa sein Einflussgebiet bis in das Jahr 5 nach Christus auch in den Siedlungsraum der Semnonen, eines Stammes, den Tiberius während seiner Feldzüge folglich nicht unterwerfen wollte, da er möglicherweise einen Krieg mit Marbot befürchtet haben könnte aus. Aus der Sicht der Römer stellte Marbots Herrschaftsgebiet vermutlich den letzten großen, noch nicht unterworfenen Machtblock in der germanischen Stammeswelt dar. Im Jahr 6 nach Christus ordnete Augustus folglich die Unterwerfung Marbots des Markomanreiches und seiner Verbündeten an. Von Canuntum in Oberpannonien ausgehend führte Tiberius sein Heer von 6 oder 7 Legionen entlang der Marsch Richtung Norden nach Böhm und damit in das Markomanreich hinein. Der römische Konsul Caius Centius Saturninus durchquerte aus der Richtung des Stammeslandes der Schatten kommt und entlang des Maines zieht, zusätzlich mit 2-3 Legionen den herzynischen Wald von Westen und drang durch die Pässe des Böhmerwaldes in das Herrschaftsgebiet Marbots vor. Gestartet war er aus dem römischen Winterlager nahe der Lippequelle, das von Tiberius zuvor im Jahr 4 nach Christus errichtet worden war. Zusätzliche Kontingente, die beide Heereszüge begleiteten, wurden von germanischen Hilfstruppen gestellt, die das römische Aufgebot aus verschiedenen Gründen unterstützt haben. Bevor es jedoch zur Vereinigung der beiden Heere im Inneren Böhm kommen konnte, brach in Pannonien der pannonische Aufstand aus, der auf die gesamte Provinz und Illyrien übergriff und das kulturelle Kernland, das auf seine Weise noch recht jungen römischen Reiches, das griechische Makedonien und Italien selbst bedrohte. Tiberius schwenkte mit seinen Legionen folglich unverzüglich nach Süden ab. Die römische Stellung in der Region war mit dem pannonischen Aufstand, der scheitern sollte, allerdings nachhaltig geschwächt worden und die Römer sahen sich vermutlich aus diesem Grund dazu gezwungen, einen Friedensvertrag mit Marbot zu schließen. Wenn gleich römische Geschichtsschreiber später behaupten sollten, dass Marbot durch die Römer hierzu gezwungen worden wäre, steht dies mit Tacitus' Beschreibung, dass Marbot damit geprahlt habe, zwölf römische Legionen abgewehrt zu haben im Kontrast. Ausspricht dafür, dass Marbot in dieser Angelegenheit am deutlich längeren Hebel saß, dass die Römer nicht nur Frieden mit dem Marko-Mann-Reich schlossen, sondern auch den Status quo von Marbots Reich und seinen offiziellen Königstitel anerkannten. Als möglich gilt zudem, dass mit dem Friedensvertrag auch eine gewisse Öffnung des römischen Reiches gegenüber dem Marko-Mann-Reich einherging und beispielsweise Handel erleichtert wurde. Auf der anderen Seite könnte der Friedensvertrag aber auch durch den Umstand, dass sich Marbot während des pannonischen Aufstandes neutral verhalten hatte und die Marko-Mannen nicht etwa auf den Aufstand aufgesprungen waren und Übergriffe auf römische Provinzen verübt hatten, begünstigt worden sein. Manchmal deutet man diesen aus der römischen Geschichtsschreibung überlieferten Umstand auch als ein Ausdruck eines gewissen diplomatischen Kalküls, das Marbot beherrscht haben könnte. Es kann aber ebenso nicht ausgeschlossen werden, dass die Römer bereits zu diesem Zeitpunkt mittelfristig planten, das Marko-Mann-Reich abermals anzugreifen und dieses Mal endgültig unter ihre Kontrolle zu bringen, somit allerdings ein Schein des Kooperationswille aufrechterhalten wollten. Sollte es derartige Pläne gegeben haben, dann dürften sie jedoch von dem tatsächlichen Lauf der Dinge durchkreuzt worden sein. Der Aufstand in Pannonien war im Jahr 8 nach Christus niedergeschlagen worden. Doch einige Kämpfe in Dalmatien dauerten noch bis in das Jahr 9 nach Christus an. Während dieser Zeit übernahm der römische Stadthalter Publius Quintilius Varus die militärischen Geschäfte im römisch besetzten Westen Germaniens. Auf dem Rückweg aus dem römischen Winterlager wurden seine sechs Legionen jedoch von Arminius in eine Falle gelockt und in der heute sogenannten Varusschlacht vernichtend geschlagen. Arminius bot Marbot in der Folge ein Bündnis gegen die Römer an, dessen potentielle Wirkmächtigkeit er scheinbar damit unterstreichen wollte, dass er Marbot den Kopf des Varus zusendete. Marbot schlug dieses Angebot jedoch aus und übergab den Kopf des Varus den Römern, die ihn folglich in seiner Familienkruft beisitzen ließen. Marbot und das Markomanenreich dürften zu diesem Zeitpunkt in ihrem machtpolitischen Zenit gestanden haben. Die Verhältnisse zu den Römern dürften recht befriedet gewesen sein und die eigene politische Stellung könnte Marbot eine relativ freie Bündniswahl ermöglicht haben. Wenn gleich er nicht als offizieller Klientelkönig des römischen Reiches anerkannt worden war, so könnte Marbot durch den Bruch der Beziehungen zu den Römern dennoch einiges zu verlieren gehabt haben. Da das Markomanenreich mit den Römern also im Frieden stand, jedoch nicht mit ihnen verbündet war, verhielt sich Marbot auch während der folgenden römischen Rachefeldzüge gegen den Arminiusbund neutral und unterstützte weder diesen noch die Römer. Nach dem je nach Betrachtungsweise erfolglosen Ende der Germanikus-Feldzüge im Jahr 16 nach Christus war es nun aber im Gegenzug Arminius, der seine Vormachtstellung in der germanischen Welt wahrscheinlich ausgebaut hatte. Sein eigener Vormachtanspruch dürfte mit dem Marbots im elbgermanischen Raum zunehmend aufeinander gestoßen sein. So schlossen sich die Semnonen und Langobarden, also die beiden Stämme, die am weitesten vom Kerngebiet des Bündnisses des Marbots entfernt lebten, der Arminius-Koalition an und zogen sich aus dem Bündnis mit Marbot und dem Markomanenreich zurück. Welche Seite schlussendlich der Angreifer war oder welche genauen Hintergründe es für den folgenden Krieg gibt, bleibt unklar, aber im Jahr 17 nach Christus marschierten die Heere Marbots und Arminius gegeneinander ins Feld. Arminius dürfte dem Markomanenreich mit der vollen Stärke seines Bündnisses zahlenmäßig zunächst überlegen gewesen sein. Eine gewisse Waffengleichheit soll laut antiker Geschichtsschreibung jedoch dadurch geschaffen worden sein, dass in Guiomere ein Onkel Arminius mit seinem Gefolge zu Marbot überlief. Wenngleich Marbotser zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so groß wie in den Zeiten seiner Höchststärke gewesen sein dürfte, kann es dennoch als realistisch betrachtet werden, dass er an die 50.000 Krieger aufgeboten haben könnte. In den folgenden Kämpfen konnte dennoch weder Arminius noch Marbot als klarer Sieger hervorgehen. Jedoch spricht zumindest die antike Überlieferung dafür, dass es unterm Strich Arminius gewesen sein dürfte, der diesen Kampf um die Vorherrschaft im westlichen Teil der Mitte Germaniens für sich entscheiden konnte. Marbots soll sich so davor gescheut haben, die Kämpfe wieder aufzunehmen und stattdessen einen Rückzug in das Kerngebiet seines Herrschaftsgebietes bevorzugt haben. Unterstützung, die er sich von den Römern erhofft haben könnte, blieb aufgrund seiner vorherigen Neutralität während der Germanicus-Feldzüge ebenso aus. Auf dem Rückmarsch in das heutige Böhm dürfte sein Heer weiter durch Dissertation und Überläufe seines eigenen Gefolges zum Arminiusbund geschwächt worden sein. Mögliche Hinweise auf Propaganda, die seitens der Arminius-Koalition betrieben worden sein könnte, finden sich auch in Berichten, die Marbot als Feigling oder Verräter, der sich den Römern anzubiedern versuchte, darstellen. Diese, vor allem bei Tacitus überlieferten Urteile, könnten aber auch als römische Kommentare zur Moral, die aus römischer Sicht aus der Geschichte von Arminius und Marbot erwachsen wäre gedacht gewesen sein. Dass Marbot bei alledem aber vor allem inpolitisch geschwächt gewesen sein könnte, kann als sehr wahrscheinlich betrachtet werden. Im folgenden Jahr, 18 nach Christus, kam der markomanische Adelige, Catualda, aus seinem Exil, das er bei den Goten verbracht hatte, zurück und sammelte markomanische Fürsten um sich, die bereit waren, sich an einem Umsturz gegen Marbot zu beteiligen. Zusätzlich waren Cadualdas Umsturzbestrebungen durch Trusus den Jüngeren, den Sohn des Tiberius unterstützt wurden. Es gelang ihn, in der Folge Marbots Königssitz zu belagern und schlussendlich zu erobern. Marbot, der nun kaum noch Rückhalt in seinem ehemaligen Reich gehabt haben dürfte, entschloss sich folglich die Flucht anzutreten. Er erreichte die Grenze des römischen Reiches in der Provinz Noricum und soll dort Hilfe bei Kaiser Tiberius gesucht haben. Seitens der Römer erfuhr er jedoch keine militärische Unterstützung, sondern allenfalls Schmähung. Tiberius soll ihn in einer Staatsrede sogar als eine größere Bedrohung für Roben, als sie die Addochen Pyrus I. oder Antiochus III. bezeichnet haben. Diese übermäßige Beschwörung des Feindbildes Marbots seitens der Römer dürfte jedoch mehr eine Übertreibung, mit der man die eigene Subversionspolitik in Germanien rechtfertigen wollte, als eine tatsächliche Gefahrenanalyse gewesen sein. Marbots Sturz sollte im römischen Reich also vor allem als ein Erfolg von Tiberius' Germanienpolitik verkauft werden. Im Kontrast zu dieser vorherigen Heraufbeschwörung des Feindbildes Marbots steht auch, dass Tiberius ihm ein würdiges Exil in Italien anbot, ein Angebot, auf das Marbot einging. Er wurde folglich nach Ravenna verbracht, wo er weitere 18 Jahre verlebte, bis er im Jahr 37 n. Chr. im Alter von rund 70 oder 80 Jahren starb. Cato Alda selbst gelang es jedoch allenfalls für kurze Zeit, das Erbe über das Markoman-Reich und das Bündnissystem Marbots anzutreten. Er geriet rasch mit den ehemals mit den Markoman verbündeten Stammen der Hermonduren in Konflikt und musste sich ihnen unter deren König Infibilius geschlagen geben. Er flüchtete in der Folge ins römische Exil, wo er in der Provinz Gallia-Nabonensis als Privatmann angesiedelt wurde. Die Markoman gerieten von da an für eine ganze Zeit unter die Vorherrschaft der mit ihnen benachbarten Quaden, über welche deren König Vanius ein sehr romfreundlicher Herrscher regierte. Vanius war zunächst daran interessiert, seinen Herrschaftsbereich weiter auszubauen. Er war Verbündete in der Form der Erzügen eines Samatus-gütischen Reitervolkes an und ließ überall in seinem Herrschaftsgebiet Fliehburgen errichten. Er soll naheliegende Nachbarregionen des Barbarikums überfallen und unterworfen haben. Mit Böhmen, dem Westen der heutigen Slowakei und Mähren herrschte er über einen Raum mit günstiger geografischer Lage. So führten auch wichtige Handelsrouten wie die Bernsteinstraßen durch dieses Gebiet. Auch hierdurch könnte es ihm gelungen sein, die politischen Verhältnisse innerhalb der von ihm dominierten Region recht stabil zu halten. Von den ehemaligen Verbündeten des Markoman-Reiches, den Lugiern und Hermonduren, entfremdete er sich hingegen zunehmend. Als allerdings im Jahr 50 nach Christus seine beiden Neffen, Vanius und Sido, gegen ihn rebellierten und bei ihrem Aufbegehren durch Vibilius, der noch immer über die Hermonduren herrschte, unterstützt wurden, war seine Herrschaft, die rund 30 greifbare Jahre angedauert hatte jedoch zu einem Ende gekommen. Begünstigt wurde Vanius erfolgreiche Absetzung im Übrigen auch dadurch, dass ihm die Römer jegliche militärische Unterstützung untersagten. Wie auch Marbot und Katualda vor ihm, flüchtete allerdings auch er ins Römische Reich und bekam in Pannonien, im Umfeld des Neusiedlersees, einen Sitz als Privatmann zugewiesen. Über die genauen Verhältnisse in der markomanischen und quadischen Stammeswelt, die seit Vanius von einem gemeinsamen König beherrscht wurden, gibt es ab der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus jedoch keine Einzelheiten mehr überliefert. Es heißt in römischen Quellen jedoch, dass Vangio und Sido die Herrschaft über ihr so erworbenes Erbe zunächst gemeinschaftlich antraten. Zwar sollen sie Rom gegenüber loyal gewesen und zunächst auch unter ihren Untertalen beliebt gewesen sein, jedoch entwickelten sie sich laut antiken Geschichtsquellen im Laufe der Zeit zunehmend zu unbeliebten Despoten. Bis auf Aufstände, die zwischen den Jahren 89 und 92 nach Christus stattgefunden haben sollen, blieben die Verhältnisse jedoch weitestgehend beruhigt. Diese Ruhe sollte noch bis in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus anhalten. All dies änderte sich im Jahr 166 nach Christus mit dem Ausbruch der Markomanenkriege, die bis mindestens in das Jahr 180 andauern sollten. In den Jahrzehnten zuvor und unter der Herrschaft des römischen Kaisers Antonius Pius waren verschiedenste germanische Stämme aus dem Norden und Samathoskytische Stämme aus dem Osten an die Grenzen des römischen Reiches bei den Donauprovinzen gedrängt und hatten darum gebeten, Siedlungsland in dessen Inneren zugewiesen zu bekommen. Die Römer hatten zunächst damit reagiert, dass sie einen romfreundlichen König unter den Quaden einsetzten, der die Lage im angrenzenden Barbaricum deeskalierte. Zusätzlich verhandelten die Stadthalter der anliegenden römischen Provinzen mit den nun nördlich des römischen Reiches lebenden Stämmen, was vor allem dem Zweck gedient haben dürfte, Zeit zu gewinnen und die Lage zu entspannen. Diese zunächst noch relativ defensive Politik der Römer dürfte auch dadurch bedingt gewesen sein, dass die Hauptstreitmächte des römischen Heeres zu diesem Zeitpunkt noch in Mesopotamien mit den Paterkriegen beschäftigt waren. Da sich jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt abzeichnete, dass man die Lage im römischen Grenzgebiet nicht langfristig befrieden könnte, begann die römischen Legaten Julius Verus und Marcus Claudius Fronto bereits im Jahr 165 nach Christus damit zwei neue Legionen in Italien zu rekrutieren. Wie fragil die Lage nördlich der römischen Reichsgrenze jedoch wirklich war, zeigte sich im Jahre 166, dass den Auftakt der Markoman-Kriege markieren sollte. Hierbei waren es jedoch noch nicht die Markoman selbst, sondern andere Stämme, die in das römische Reich einfielen. Rund 6000 Langobarden, die nach Süden gezogen waren und Obier, die im Süden Böhm siedelten, fielen laut römischen Quellen in der Provinz Pannonien ein. Samate und Vandalen, die in die Gebiete nördlich und westlich Dagiens vorgedrungen waren, überfielen parallel dazu Goldmien und zugehörige Städte in der Provinz. Zumindest dieser erste Einfall in Pannonien konnte jedoch noch recht schnell wieder durch römische Hilfstruppen unter der Führung des Vintex und Candidos abgewährt werden. Der römische Stadthalter der Provinz Pannonien, Marcus Iaglius Bassus, stellte daraufhin neuerliche Verhandlungen mit den Völkern nördlich der Reichsgrenze im Jahr 167 n. Chr. an. In diesem Zusammenhang treten nun auch die Markoman in Erscheinung, deren König Baloma zwischen beiden Parteien vermitteln und dafür garantieren sollte, dass elf verschiedene Stämme, die nahe Pannoniens lebten, nicht mehr in das römische Reich einfielen und sich friedlich verhielten. Hiermit impliziert wird, dass die Markoman in dem Raum eine gewisse Hegemonialstellung gehabt haben könnten. Ganz gleich, ob es Baloma nicht möglich war oder ob er dies schlicht nicht wollte, so wurde das Versprechen, die Lage befriedet zu halten, jedoch nicht eingehalten und die Unruhen blieben bestehen. Die neuerliche Absicherung der Donauprovinzen und vielleicht sogar ein Gegenschlag sollte den Römern erstmals mit der Beendigung der Paterkriege im Osten möglich werden. Mark Aurel, der inzwischen römischer Kaiser geworden war, hielt am 6. Januar des Jahres 168 n. Chr. eine Ansprache vor der Praetorianergarde in Rom, bevor er gemeinsam mit seinem Mitkaiser Lucius Verus ein Hauptquartier für seine militärischen Vorhaben, das in Aquilea lag, bezog. Erste administrative und militärische Maßnahmen waren die Einrichtung einer Militärverwaltungszone mit großen Militärstützpunkten in den Donauprovinzen und Oberitalien, sowie die Gründung von weiteren und neuen Legionen. Eine dieser Legionen war im Übrigen auch die Legioterie Italica, welche in einem neuen Kastell namens Castra Regina an der Donaugrenze stationiert werden sollte, aus dem sie später das noch heute bestehende Regensburg entwickelte. Noch bevor es jedoch zur Umsetzung der Kampagne, die gegen die Stämme des angrenzenden Barbaricums geplant gewesen sein dürfe, kommen konnte, brach im römischen Reich allerdings die antoninische Pest aus, die durch die Paterkriege aus dem Osten eingeschleppt worden war. Die Krankheit dezimierte die Truppenstärke des römischen Heeres neuerlich und führte dazu, dass die militärischen Ambitionen Roms aufgeschoben werden mussten. Auf das Anraten ihrer Hofärzte hin, entschlossen sich die beiden Kaiser, Lucius Verus und Marc Aurel, zudem dazu, sich vorerst nach Rom zurückzuziehen. Lucius Verus sollte jedoch auf dem Rückweg versterben. Noch im Herbst desselben Jahres, also 169 n. Chr., brach Marc Aurel jedoch abermals in Richtung der Front auf. Begleitet wurde er nun auch von Tiberius Claudius Pompejanus, der während der folgenden Phase der Markomanenkriege einer seiner engsten Berater sein sollte. Die Lage an der Donau spitzte sich unterdessen immer weiter zu. Römische Kampagnen im Raum zwischen Darkien und dem Donaubogen, Schlugenfehl und unter anderem der römische Befehlshaber, Frontor, wurde in Gefechten mit den dort lebenden Stämmen getötet. Die so entstandenen Würren konnten sich auch samatische, germanische und darkische Stämme nördlich der Donau abermals zu Nutzen machen und die Donau überqueren und somit ungehindert in das römische Reich einfallen. Die aus römischer Sicht jedoch gefährlichste Invasionsbestrebung spielte sich im Westen ab. Unter der Führung der Markoman und deren König Barlomar hatten die in Böhmen und Meeren siedelnden Stämme eine Allianz geformt. Das so entstandene Bündnis überquerte unter Barlomar die Donau bei Canuntum und konfrontierte dort das römische Heer. Es soll den einfallenden Verbänden gelungen sein, die dort stationierten römischen Truppen erfolgreich zu schlagen und den Römern rund 20.000 Mann Verluste zuzufügen. Währenddem ein Teil von Barlomars Heer in Rätion und Norikum zurückgeblieben war, lenkte Barlomar den Hauptteil seines Heeres in Richtung Süden und marschierte bis nach Oberitalien durch. Dort gelang es ihm, unter anderem die Festungsstadt Opitergium zu erobern und selbst Aquilea, das Hauptquartier der römischen Militäroperation in diesem Raum, zu belagern. Das erfolgreiche Vordringen der Markoman, Quaden und ihrer Verbündeten unter ihrem König Barlomar markierte das erste Mal seit dem Jahr 101 v. Chr., also seit den Kimbernkriegen, dass es einer fremden Streitmacht gelungen war, bis nach Italien vorzurücken. Der Praetorianer-Präfekt Titus Furius Fictorinus versuchte mit seinen Truppen die Belagerung um Aquilea zu brechen, scheiterte mit seinem Vorhaben jedoch und wurde möglicherweise während der Kämpfe gegen das Heer Barlomars getötet. Laut einigen Forschern könnte die Verwüstung Norditaliens während dieses Krieges auch eine nicht unwesentliche Rolle bei dem Niedergang der römischen Landwirtschaft in diese Region gespielt haben. Interessant ist bei diesen Ereignissen auch, dass sie trotz ihrer Wichtigkeit bis heute nicht sicher datiert werden können und auf verschiedenste Jahre zwischen 167 bis 170 nach Christus datiert werden. In jedem Fall klar ist jedoch, dass sich das so abzeichnende Bild der Lage aus römischer Sicht fatal gewesen sein dürfte. Nicht nur brannten die Grenzen Roms, sondern sogar nach Italien waren feindliche Heere vorgedrungen. Die Römer sahen sich also dazu gezwungen, sich in dieser schwierigen Lage neu zu konstatieren. Marc Aurel befahl Truppen von verschiedensten Fronten nach Aquilea aufzubrechen, um die desaströse Lage zu Roms Gunsten zu wenden, was unter der Führung von Pompejanus, seinem Vertrauten und Pertinax, der ein späterer römischer Kaiser werden sollte, gelang. Ballomas Truppen begannen sich also nach Norden und schließlich wieder über die Donau zurückzuziehen und auch im Osten konnte die Lage stabilisiert werden. Nach den Geschehnissen der Vorjahre ließen die Römer ab dem Jahr 171 nach Christus umfangreiche diplomatische Maßnahmen umsetzen, um die Lage im Barbaricum zu ihren Gunsten zu ändern. Man suchte sich unter den Stämmen nördlich der Donau nun aktiv Verbündete, womit man vermutlich vor allem bewirken wollte, dass keine gemeinschaftlichen, gegen die Römer gerichteten Bündnisse mehr unter ihnen entstehen konnten. So schlossen unter anderem die Hastinger, ein Teilstamm der Vandalen, die Lakringer, ihr Zügen und auch die Quaden ein Bündnis mit den Römern ab. Ein erster Rachefeldzug, der Römer gegen die Stämme nördlich der Donau, sollte im Jahr 172 nach Christus folgen. Die Römer überschritten die Donau, um die Markoman und ihre Verbündeten, die Variska und Cotin zu unterwerfen. Es gelang dem römischen Befehlshaber, Marcus Valerius Maximianus, unter anderem Wallau, den Stammesführer der Variska zu töten. Diese militärischen Erfolge des Unternehmens führten dazu, dass Marc Aurel den Titel Germanicus annahm. Im folgenden Jahr, 173 nach Christus, marschierten die Römer gegen die Quaden, die ihren Vertrag mit den Römern gebrochen hatten, indem sie den Markoman zur Hilfe gekommen waren. Es gelang den Römern allerdings, die Quaden möglicherweise durch günstige Witterung neuerlich zu unterwerfen. Der Führer der Quaden, Fortius, handelte daraufhin einen Vertragsfrieden mit den Römern aus, der aber nicht lange halten sollte, da Marc Aurel die Quaden als unglaubwürdig betrachtete und Fortius einigen Bedingungen des Friedensvertrages nicht nachkommen konnte. Folglich setzten die Quaden ihn ab und ernannten Ariogesus zu ihrem neuen Stammesführer, was Marc Aurel dazu veranlasste, in das Land der Quaden einzumarschieren, es zu besetzen und jedem, der Ariogesus Kopf bringen würde, 500 Goldstücke zu zahlen. Schlussendlich wurde Ariogesus gefangen genommen, jedoch nicht etwa umgebracht, sondern lediglich nach Alexandria ins Exil verbannt. Die Unterwerfung der Quaden war bis in das Jahr 174 nach Christus abgeschlossen worden und die Quaden wurden dazu gezwungen, zukünftig Hilfstruppen zu liefern, mussten Geisel stellen und sich mit der römischen Besatzung ihres Landes abfinden. Im Jahr 175 vor Christus unternahmen die Römer weitere erfolgreiche Feldzüge gegen Samathos-gütische Stämme und ihre Verbündeten, die im Umfeld der Theis lebten. Die beiden Hauptregionen, die von den Römern nun besetzt wurden und von Klientelkönigen verwaltet wurden, wurden als Markomania und Samathia bezeichnet. Es wird hierdurch und verschiedene andere historische und teils auch archäologische Umstände impliziert, dass die Römer planten diese Gebiete zu römischen Provinzen, die dacien nicht unähnlich gewesen wären, zu machen. Diese Pläne wurden jedoch durch den Usupator Abidius Cassius, der sich im Osten des Reiches gegen den Kaiser auflehnte und der Aufmerksamkeit eines großen Teiles des restlichen römischen Heeres bedurfte, zunichte gemacht. Nachdem Cassius, im Übrigen unter anderem mit der Hilfe markomanischer und quadrischer Hilfstruppen, geschlagen worden war, ließ man in Rom die Mark-Aurel-Säule errichten, die an diesen wie auch seine Siege in den Markoman-Kriegen erinnerte. In einem ähnlichen Zeitraum muss es zudem zu einer Revolte von Siedlern aus den Gebieten nördlich der Donau gekommen sein, die sich in oder bei Ravenna niedergelassen hatten. Es kann als möglich gelten, dass sich unter diesen Siedlern auch Markoman, die den Römern gedient hatten, befanden. Mark Aurel beschloss folglich, sämtliche nichtrömische Migranten aus Norditalien auszuweisen. Neuerlich erheben sollten sich die Quaden und Markoman, die durch die zeitweilige Schwächung der römischen Präsenz in ihrem Land hierzu ermutigt gewesen sein könnten, allerdings im Jahr 177 n. Chr. Dieses Ereignis markierte den Ausbruch des Zweiten Markoman-Krieges, bei denen die Römer nun allerdings in einer deutlich offensiveren Position waren. Mark Aurel erreichte Kanuntum im Jahr 178 n. Chr. und marschierte in den Jahren 179 und 180 n. Chr. gegen die Markoman und Quaden. Unter Marcus Valerius Maximianus errungen die Römer einen Defensivsieg in der Schlacht bei Laugarichio, das nahe Trenschins in der heutigen Slowakei gelegen haben dürfte. Die verbleibenden Quaden wurden dann weiter nach Westen getrieben, wo der Praetorianer-Präfekt Publius Taruthenius Paternus einen weiteren Sieg gegen sie erzielen konnte. Am 17. März des Jahres 180 n. Chr. sollte Mark Aurel jedoch in Windobonna, dem späteren Wien, sterben und sein Sohn Komodus sein Nachfolger werden. Entgegen der Empfehlungen der hohen Generäle des römischen Heeres soll Komodus jedoch kein Interesse daran gehabt haben, den Krieg gegen die Markoman und Quaden fortzusetzen. Er lief stattdessen einen Friedensvertrag aushandeln und zog sich nach Rom zurück, wo er den Triumph der Römer im zweiten sogenannten Markomanenkrieg feierte. Als dritten Markomanenkrieg bezeichnet man dann eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den Römern und Stämmen, die nördlich der Donau lebten, die um das Jahr 182 n. Chr. stattfanden. Details über diese sind heute jedoch nicht mehr bekannt. Die Römer müssen in ihnen jedoch Siege erlangt haben, die für Komodus im mindesten genügend waren, um sich dem Titel Germanicus Maximus zu verleihen. Spätestens hiermit waren die Markomanenkriege, für die die Markoman, also ein Stamm von zentraler Wichtigkeit, aber bei weitem nicht sein einziger Teilnehmer waren, zu Ende gegangen. Aufgrund der Konstellation der Stammeswelt nördlich der Donau und den politischen Motiven auf beiden Seiten gibt es im Übrigen nicht wenige Wissenschaftler, welche die Kriege der Jahre 166 bis 180 bzw. 82 n. Chr. als eine Vorstufe der bald daraufhin folgenden Völkerwanderungszeit ansehen. Zumindest zu dieser Zeit waren die Dinge jedoch noch zu Roms Gunsten ausgegangen. Für rund 100 Jahre wurde es folglich in der römischen Geschichtsschreibung um die Markoman mehr oder weniger still. Um das Jahr 260 n. Chr. treten sie jedoch wieder dadurch in Erscheinung, dass sie gemeinsam mit den Quaden und anderen germanischen Stämmen an Einfällen in Pannunien beteiligt waren. Um sich zumindest gegenüber den Markomanen absichern zu können, schloss der römische Kaiser Gallienus daraufhin einen Föderatenvertrag mit ihnen ab, der mit ihrem König Attallus geschlossen wurde. Bekräftigt wurde dieser Vertrag auch damit, dass Pipara, Attallus' Tochter, Gallienus übergeben wurde und ihn als bevorzugtes Freudenmädchen diente, wobei manche antike Geschichtsschreiber auch davon berichten, dass sich zwischen den beiden eine ehrliche Liebe gebildet hätte. Jenseits ihrer Schönheit sollen Piparas Werte aus Sicht der meisten Römer jedoch überschaubar gewesen sein. Als Föderaten sollten die Markomanen nun vor allem Pannonien vor Einfällen anderer benachbarter Stämme absichern, was sie zumindest so lange Gallienus' Herrschaftszeit andauerte auch taten, womit der Provinz eine Atempause verschafft wurde. Erst nach dessen Tod und im Jahre 270 n. Chr. beteiligten sie sich abermals an Einfällen auf römische Gebiete. Einige Jahrzehnte später sollen sie zudem zu Zeiten der Herrschaft Diokletians eine verheerende Niederlage erlitten haben, wenngleich die Abfolge der Geschehnisse heute nicht mehr überliefert ist und sich damit auch nicht nachvollziehen lässt, was damals geschah. Neuerlich in Erscheinung treten die Markomanen im 4. Jahrhundert nach Christus. Feritigil, die Frau des damaligen Königs der Markomanen, soll mit Ambrosius von Mailand, einem frühen Bischof seiner Zeit, in Kontakt gestanden haben und hierdurch bereits früh zur Christianisierung ihres Stammes beigetragen haben. Zumindest die Eliten des Stammes könnten also bereits zu dieser Zeit zum Christentum konvertiert sein. Zudem soll ihr Einfluss auch dazu beigetragen haben, dass sich die Markomanen den Römern unterworfen haben und ihnen hörig wurden. Dies könnte sich in der Folge unter anderem darin niedergeschlagen haben, dass von diesem Zeitpunkt an eine Vielzahl von markomanischen Truppen unter den Römern diente. Nachweisbar ist das unter anderem durch römische Heeresregister. Zwar nicht mehr explizit, dann jedoch implizit werden die Markomanen während der Völkerwanderung erwähnt. Viele von ihnen dürften zunächst und mit dem Verfall des Römischen Reiches die Donau überquert und Pannonien besiedelt haben. Ein großer Teil von ihnen könnte jedoch auch mit anderen soebischen Stämmen, zu denen auch viele Quaden und Buren gehörten, in das Römische Reich hinein und nach Nordwestiberien gezogen sein. Um das Jahr 410 etablierten sie sich als ein dem Römischen Reich mehr oder weniger loyales Königreich in dem Gebiet der ehemaligen Provinz Galäzia. Das Donaubecken und somit auch der Siedlungsraum der zurückgebliebenen Markoman war unterdessen unter die Vorherrschaft des Reiches des Attila gefallen. Viele der dort noch lebenden Markomanen dürften den Hun folglich während ihrer Kriege und Einfälle gedient haben. Nach dem Tod Attilas und der Schlacht von Nedao im Jahr 454 n. Chr., die im Umfeld der Sabe stattgefunden haben dürfte, war die hunnische Dominanz im Donaubecken jedoch gebrochen und es könnte langfristig einem Teil der Markoman gelungen sein, sich wieder mehr oder weniger selbstständig zu machen. Langfristig dürften sie jedoch unter die Vorherrschaft der Langobarden und Ostgoten, welche die Gebiete südlich und nördlich der Donau in Besitz nahmen gekommen seien. Da zudem Berichte aus dem späten 5. Jahrhundert n. Chr. davon sprechen, dass es suebische Gruppen gab, die sich östlich der Alemann und westlich der Langobarden niederließen, kann es auch als realistisch angesehen werden, dass ein Teil der Markoman in dem Raum des entstehenden Bayern siedelte, in dieses Gebiet also aus Böhm gekommen war und dort ein Teil des neu entstehenden bajowarischen Stammes wurde. Die wiederum in Böhmen verbleibenden Markoman dürften in die Langobarden oder später auch die aus dem Osten nach Böhmen und Meeren einwandernden Slaven aufgegangen sein. Spätestens im 6. Jahrhundert n. Chr. waren sie als eigenständiges Stammesvolk jedoch aus der Geschichtsschreibung verschwunden. Für rund ein halbes Jahrtausend waren sie jedoch einer der für die Geschichte der Donauprovinzen Westgermaniens und Mitteleuropas bestimmendsten Stämme gewesen. Hiermit wären wir aber am Ende der bewegten Geschichte der Markomanen angekommen. Eure Gedanken zu diesem Thema könnt ihr wie immer sehr gerne in der Kommentarsektion teilen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich zudem über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann! Bis dann!